Das schneide ich alles raus. Ja, schade. Ja, dann mach ich Stopp hier, wenn du alles rausschneidest. Ne, du darfst noch was sagen. Nein, wenn du jetzt auf irgendwas antwortest, bleibt es vielleicht drin. Das ist aber nett. Wenn du jetzt noch was sagst, dann bleibst du vielleicht drin. Ja, kommt drauf an, was du sagst. Wenn du sagst, dann bleibt das natürlich nicht drin. Alter. Moin, liebe Cinefield-Psychos und Filmfressenfamilie. Wir sind die Romus und Remolus der deutschsprachigen Filmpodcast-Unterhaltung. Willkommen im Sommerloch. Willkommen in der Sommerhitze. Willkommen wieder bei Cinefield-Peterchen. Wie geht's? Beschissen. Warum? Weil ich dieses Wetter absolut hasse. Ja, aber wir sind ja nicht beim Wetter-Podcast. Du hörst ja auch ein bisschen krank an. Ja, durch den Wechsel Klimaanlage und Schweißausbrüche bin ich nicht immer sehr anfällig für sowas. Ich bin jetzt auch wieder nasal unterwegs. Ich sitze halt immer in meiner eigenen Suppe und die ist halt so vergiftet, dass ich mich selbst dann immer wieder vergifte. Okay, mein Tipp, ein Handtuch über den Nacken legen. Einfach ganz normales, handelsübliches Handtuch. Einfach über den Nacken. Kühlt den Körper ein bisschen runter. Aber ich habe hier auch, falls die Leute fragen, bei mir wird wieder ordentlich geblasen. Ah. Ich habe hier so einen Ventilator angemacht. Wofür hast du eine Frau? Ja, ja. Sie sind ja verheiratet. Ach so, dann wird das nicht gemacht. Man sollte ja Schweinereien doch nicht. Ja, stimmt. Schweinereien. Sauray. Auf jeden Fall Ventilator an und los geht's. Keine Sommerpause. Es geht hier einfach knallhart weiter und wir haben heute ganz aktuelle Filme dabei. Oder einen vor allem, nee, ganz aktuelle Filme. Korrigiere mich gar nicht. Und ein Film, der auch immer noch aktuell ist, ist Kingdom of the Planet of the Apes beziehungsweise Planet der Affen New Kingdom, der jetzt auf Disney Plus rausgekommen ist. Der ist dann inklusiv oder muss man dafür was hinlegen? Der ist inklusiv, ne? Das ist bei Disney Plus immer inklusiv. Okay. Die haben keine Filme, die man da kaufen kann. Ich habe das ja nicht. Von daher muss ich fragen. Ja, hast du schon mehrfach gefragt. Ja. Aber ich beantworte es dir immer wieder gerne. Ich bin halt alt und vergesslich. In der Tat. Willkommen bei Senil viel. Genau. Ja, aber was ich sagen wollte, es gibt ja so einen Kanal, den ich verfolge auf YouTube, abgesehen vom Fiff Fressen, der nennt sich Corridor Crew. Ja, ja. Und die haben ja so ein Format, das nennt sich VFX Artist React. Too bad and good CGI und so weiter. Oder Stuntman React und so weiter. Die haben also zu dem Kingdom schon reagiert. Boah, Spoiler an der Stelle, ja. Erzählst du ja gerade. Die haben einen aus dem Weta-Team, haben sie dabei, der ein paar Sachen erklärt. Und da ist mir dann nochmal aufgefallen, weil es gibt ja ein paar Menschen, die heutzutage sehr schnell mit dem Urteil sind, ah, CGI war nicht gut, zu denen auch du gehörst, lieber Peter. Ich wollte gerade sagen, willst du jetzt hier wieder dir gleich eine Schelle einfangen? Der Kommand ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Ja, und denen würde ich mal empfehlen, das sich anzugucken, wie die erklären, auf was für einem Niveau diese Effekte stattfinden, wie gut das wirklich ist. Da werden ein paar Mäuler gestopft, kann ich nur so sagen. Aha, anscheinend auch meins. Ja, kann man was lernen. Das ist quasi wie die Sendung mit der Maus und die Sendung mit dem VFX. Was hast du denn gelernt? Gelernt, dass diese Effekte unfassbar aufwendig sind und dass die, gerade was Wassereffekte angeht, das ist ja das gleiche Team, was auch bei Avatar am Start war. Den Wasserfilm, den ich nicht gesehen habe, interessiert mich auch nicht. Du hast den auch nicht gesehen, bestimmt, ne? Avatar? Avatar 2. Ach so, nee, den zweiten habe ich nicht gesehen, ja, richtig. Way of the Water. Ja, nee, interessiert mich auch nicht. Die haben hier schon ein paar richtig gute Wassereffekte am Start, also so diese Wasserphysik, das sieht halt alles so unglaublich aus, es hat wirklich diese komplette Flüsse, sind halt aus dem Rechner. Ist eine sehr, sehr coole Episode, empfehle ich an der Stelle und wirklich auch mal so ein bisschen, also jetzt mal abgesehen von den ganzen Sticheleien eben und von dem ganzen Zynismus und von dem Sarkasmus, der hier durchaus an der Tagesordnung ist, ganz ehrliche Empfehlung, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, von so ein paar Profis sich das erklären zu lassen, denn dann versteht man auch, nicht nur weil man Effekte bemerkt, sind sie deshalb schlecht. Denen kann man auch mehr Glauben schenken als dir, würde ich sagen. Auf jeden Fall, es sind ja Profis. Ja, richtig. Und nicht so blutige Anfänger wie ich. Zum Leuchte. Aber was sagen die denn zum Affen? Zu welchem Affen? Ja, zum Cäsar-Ersatz. Da haben die gar nicht so viel gesagt, es ging mehr um den Orang-Utan, es ging so mehr um diese Haareffekte. Dann haben sie auch noch ein bisschen über die Federeffekte gesprochen, der Vögel, des Adlers da, den sie schon dann bei Peacemaker gemacht haben. Ich werde jetzt nicht die ganze Folge erzählen, aber ja, es geht dann mehr so um die Animation von Haaren und Federn und so. Und das klingt jetzt sehr, sehr theoretisch und super nerdig, aber das ist wirklich... Ohne anweilig. Nein, diese Episoden, weil die Leute sind sehr cool drauf, die sind lustig, es ist auch unterhaltsam und zügig geschnitten. Also eine Episode geht ja immer zwischen 15 und 20 Minuten, ist sehr unterhaltsam und man lernt auch mal was dabei. Ist jetzt nicht so total theoretisch. Gehtzügig ist also was für die junge Generation, weil die haben es ja gerne so schnell wie möglich. Und das ist die perfekte Überleitung zu einem ganz aktuellen Kinofilm. Wir waren gestern in einer PV. Für die, die glauben, das heißt Photovoltaikanlage, sagen wir, nein, das stimmt nicht. Also in dem Fall nicht. Es heißt Pressevorführung. Da waren wir gestern Abend. Wir waren eingeladen unter anderem und haben da viele nette Freunde und Kollegen getroffen und haben uns alle zusammen auf Alien Romulus gefreut. Haben wir das? Ja. Romulus und Remus, die haben Rom erfunden, zusammen gegründet, meine ich. Das ist das Einzige, was ich weiß über die beiden. Naja, also wir haben uns zumindest gefreut, den schon gucken zu dürfen, zu können. Aber ich habe von vornherein gesagt, wir hatten ja den Marius einen Tag zuvor bei uns zu Gast im Studio und habe schon gesagt, im Gegensatz zu ihm, der sich sehr drauf gefreut hat, habe ich die Erwartungen mal so ein bisschen im Zaum gehalten und gesagt so, ja, ich würde mir jetzt nicht zu viel von erwarten. Ich fand die Trailer jetzt auch schon nicht so super. Die fand ich schon ein bisschen hyperaktiv. Wie war es denn bei dir? Wie ich den Trailer fand? Ja. Ja, also modern halt. Also konnte man jetzt von ausgehen, dass er auf jeden Fall sich, was Inszenierung angeht, was Tempo angeht, was Dynamik angeht, er sich eher am Aliens orientiert, weil das ja schon der Film war, der, glaube ich, auch flächendeckend noch mehr Anerkennung gefunden hat als der Alien, weil das war ja eher so ein ruhiges Science-Fiction-Drama fast schon mit Horror-Elementen. Also eher so für die entschleunigte Generation, also so mehr unsere Generation. Was nicht heißt, dass der Aliens nichts für unsere Generation war, weil das schon so mit einer der geilsten Action-Filme aller Zeiten ist. Ja, danke. Ich wollte schon gerade einspringen. Ich wollte gerade schon grätschen. Ich bin schon angesetzt. Nee. Aber mir war halt klar, dass er was vor allem halt Inszenierung und so angeht, Tempo, dass er sich dann eher Richtung Aliens bewegt und dass wir dann auch eher eine Hommage des Films hier kriegen würden. Ja, davon konnte man ausgehen, sage ich mal. Und dann haben einige schon vor lauter Freude, eine kleine Schnappatmung bekommen und schon so einen kleinen Pipitropfen sich in die Hose gemacht, weil Fede Alvarez auf dem Regiestuhl Platz genommen hat. Ja, kann ich aber ein bisschen verstehen, weil der hat ja zumindest hier und da mit ein paar Regie-Geschichten, vor allem halt in dem Kontext dann Evil Dead, ja schon abgeliefert, sagen wir es mal so. Der hat sich ja schon mal ein Franchise vorgenommen und hat das sehr stark fortgeführt. Und da kann man schon hoffen, dass er das mit einem Franchise, was dann irgendwie jetzt mittlerweile schon sehr schwach geworden ist, dann irgendwie wieder ein neues Leben einhauen kann. Ja, da hat er zumindest so was Splatter und Horror angeht, hat er da ordentlich Gas gegeben. Dann ein paar Jahre später mit Don't Breathe auch gezeigt, dass er Spannung kann. Ja, genau. Das sind ja zwei Komponenten, die wären ja jetzt extrem wichtig für so einen Alien-Film, sage ich mal. Und er hatte auch dieses Texas Chainsaw-Massacre-Ding, diesen neueren, hat er auch produziert. Von dem Film weiß ich gar nicht mehr so viel. Ich habe es damals schon prognostiziert, ihr könnt euch die Cine-Field-Folge anhören. Da habe ich gesagt, man wird sich in ein paar Jahren nur noch an die Busszene erinnern, bei mir ist das so. Ich weiß wirklich nicht mehr viel von diesem Film, außer dass diese Busszene ziemlich spektakulär war. Aber als Texas Chainsaw-Massacre-Film, keine Ahnung. Ach doch, am Ende kam noch Sarah Connor vorbei. Das war's soweit. Okay, Fede Alvarez. Was hat er denn hier gemacht? Worum geht es denn bei Alien Romulus? Es geht um eine ganz neue Crew. Wir haben im Prinzip, wie waren es, fünf, sechs jugendliche Weltraumkolonisten? Ja, das ist die Frage. Sind die jugendlich? Also, die sehen zwar aus wie 13, aber die könnten auch Anfang 20 sein. Ich habe keine Ahnung. Aber sie wirken auf jeden Fall deutlich jünger als alles, was wir in dem Franchise bis jetzt gesehen haben. Weil es war ja schon eher ein sehr adultes Franchise. Also, was die Figuren angeht. Auch was die Themen und so angeht. Aber vor allem, was die Figuren angeht. Und es war ja auch immer ein weiblicher Lead. Also, zumindest in den Ehrling-Geschichten. Ich weiß nicht mehr, wie es bei Covenant war. Ich glaube, da war es nicht so eindeutig. Hier ist es auf jeden Fall wieder eindeutig eine Frau im Vordergrund. Aber wie gesagt, die wirken für mich alle sehr jung. Vor allem halt auch, wie sie reden, wie sie miteinander kommunizieren. Die sind auf jeden Fall noch in der Phase zur Adoleszenz. Ja, die labern die ganze Zeit. Also, jeder bringt irgendwelche Dummsprüche, die fluchen viel, sowas halt, ja. Genau. Und die kriegen, die Umstände haben wir nicht ganz verstanden, kriegen auf jeden Fall mit, dass Rackteile der Nostromo durchs Weltall ziehen. Und sie hoffen halt, das zu bergen, um dann halt eventuell daraus Geld zu machen beziehungsweise darin was zu finden, was, woraus sie halt Geld machen können. Und dann nehmen sie sich halt vor, weil sie dann halt auch die Möglichkeiten haben, mit einem kleinen Raumschiff dort hinzufahren. Und, ja, weiß nicht, brechen da jetzt nicht direkt ein, weil es ein Wrack ist, aber die kommen halt. Ja, es sind schon Diebe, ne? Und sie verschaffen sich illegal, Zugang, Zutritt durch diesen Droiden, den sie dabei haben. Spoiler! Ne, das ist gar kein Spoiler. Das ist von vornherein klar, den haben sie dann so ein bisschen auf den autistischen Schwarzen gemünzt. Ja. Und der die ganze Zeit depressiv guckt, wirkt so ein bisschen wie der Marvin von Hitchhiker's Guide of the Galaxy. Total albern. Ja, ja, ja. Und da sind wir schon bei der Bewertung. Ja, von dieser einen Figur. Ja. Ich hab am Anfang auch wirklich meine Probleme gehabt mit, ey, jetzt klauen die da und das sind Verbrecher, mit denen kann ich mich nicht identifizieren. Pff, bist der größte Verbrecher schlechthin. Ich? Ja. Ja, gut, aber das heißt ja nicht, dass ich das woanders mal kritisieren kann. Fair point. Ja, okay, das stimmt auch. Aber dann wurde ich auch darauf hingewiesen, das stimmt ja auch, es ist ja so, dass die Hauptfigur, deren Namen ich nicht mehr weiß, ist auch vollkommen egal. Rain. Ja, Ripley Ripoff, nenne ich die einfach. Ja. Und die hat für Weyland gearbeitet und das ist so, dass sie eine gewisse Zeit da arbeiten müssen und dann können sie irgendwie weg. Genau. Und die will dann mit ihrem Bruder, in Anführungszeichen, das ist halt dieser Roboter. Genau, Android. Cyborg, Android, Android, genau. Wir sagen immer Droid, aber es heißt Android. Droid ist das englische Wort. Richtig. Genau. Mit ihrem Android da irgendwie weg und dann Weyland ist aber ein bisschen asozial und lässt die Leute super lange arbeiten und sobald die dann auschecken wollen, sagen die so, ups, die Zeit hat sich leider jetzt verdoppelt. Also die Grenze, die sie hier arbeiten müssen, ist leider gestiegen. Sie müssen noch weiter arbeiten. Also ein großer Wink mit dem Scheunentor. Es geht hier um Kapitalismuskritik. Da bin ich natürlich dabei. Sehr cool, die große, fiese Corporate-Maschine Weyland, die wir natürlich aus den anderen Teilen auch schon kennen. Ja, zu. Und hier ist ja zwischen Teil 1 und Teil 2, zwischen Alien und Aliens, gibt es Alien Romulus und da ist dann so, dass die sich denken, ja komm, Weyland verarscht uns, also klauen wir von dem großen, bösen Konzern. Das geht dann wieder in Ordnung, denke ich mal, in dem Kontext, zumindest im Kontext Films, das ist ja auch in Ordnung. Dennoch hatte ich so meine Probleme anzuknüpfen an diese Figuren. Ja, definitiv. Von vornherein und da ist, glaube ich, das Kernproblem des Films, weil alles, was darauf aufbaut, also alles, was danach dann kommt, damit habe ich dann irgendwie ein Problem, weil die Figuren mich nicht kümmern. Ja. Das ist problematisch, obwohl der Film insgesamt zum Beispiel, der sieht gut aus. Auf jeden Fall. Der ist gut fotografiert, der ist gut gefilmt, er kam auf Leinwand auch gut, obwohl er ursprünglich, glaube ich, für Streaming angedacht war. Ja, Hulu, glaube ich. Ja, und jetzt kommt er ins Kino und bei Prey war das ja auch schon so, dass ich mir gedacht habe, oh ja, hätte ich mir auch im Kino angeguckt. Nur der hier sieht wirklich besser aus. Ja. Und ist so vom Style und Look und so, ist der halt, also genau zwischen Teil 1 und Teil 2 und auch von diesen ganzen, ja, Thematiken und vor allem von den Anspielungen her. Ja. Es ist halt Zitate und Referenz-Kino par excellence. Manch einer würde sagen, es ist einfach ein Best-of von Teil 1 und Teil 2. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? Es hat ja irgendjemand das Wort Compilation reingebracht. Ja. Das fand ich tatsächlich sehr passend, weil er versucht, hier einen Film zu schaffen im Franchise, der irgendwie es dann auch schafft, sogar alle Teile in gewisser Form zu referenzieren. Also, weil der klaut sich ja wirklich aus jedem Teil irgendetwas. Ja, es geht sogar in Richtung Prometheus. Genau. Also, Covenant weiß ich nicht mehr, weil den habe ich komplett verdrängt. Covenant ist ja auch selbst ein Rip-off von Aliens teilweise. Ja, gut. Aber dann ist es halt eher aus Aliens, auch nicht aus Covenant. Aber es ist halt sonst wirklich aus jedem Film irgendwas entliehen, ein bisschen abgewandelt und nennt sich dann sein Eigen. Was ich sehr schade finde, weil es macht das Ganze wirklich zu einem Referenzkino. Der Film hat nichts Eigenes. Das ist wirklich sehr schade, außer, dass er manche Sachen zeigt, die andere Filme aus dem Alien-Universum eben nicht zeigen. Schwereloses Blut. Nee, das meine ich nicht mehr. Ich meine jetzt in der Evolution oder in der Entwicklung der Aliens. Ja, okay. Wir spoilern ja hier nicht. Es gibt ja Leute, die das jetzt schon als Spoiler sehen. Ist mir schwanzegal. Ich sage ja nicht, was für Sachen, aber da gibt es so ein paar Sachen und da bin ich mir nicht sicher, ist das cool, dass wir das jetzt mal zu Gesicht bekommen oder könnte man darauf verzichten? Weil es gibt ja durchaus, auch in dieser Entwicklung von Facehugger zum Xenomorph, gibt es ja Stadien oder es gibt zumindest Sachen, die wir so nie explizit gesehen haben, die aber für so Kopfkino gesorgt haben und den wahren Horror ausgemacht haben. Und hier kriegen wir es halt explizit vor die Nase geknallt, was eben wieder so typisch für moderne Filme sind, die sich auf alte Filme beziehen, aber dann hier jetzt, jetzt zeigen wir alles, jetzt erklären wir alles, jetzt und Zitate Kino und da bin ich ein bisschen abgeturnt von. Ja, definitiv. Und vor allem, ich finde, der fügt sich auch in diese Franchise irgendwie nicht so wirklich cool ein, weil er letztlich auch keine wirklich interessante Geschichte erzählt, die wir nicht schon in irgendeiner Form in dem Franchise schon mal erzählt bekommen haben. Letztlich gibt es eine gewisse Dringlichkeit, die die Geschichte hat, weil wir relativ früh erfahren, dass ein Weg eingeschlagen wird, der eventuell zur Zerstörung führt, zumindest worauf der Film hinarbeitet. Also sie müssen aus diesem Raum schon wieder raus. Genau, aber ich habe halt trotzdem diese Gefahr niemals gespürt und ich fand auch schwer, die Bedrohungskulisse durch die Aliens zu fühlen. Das fand ich tatsächlich in anderen Teilen wesentlich effektiver. Also beispielsweise, wie das erste Alien entsteht. Das ist halt mal eben so in einem Nebensatz quasi hier formuliert. Da nehmen sie sich halt nicht ausreichend Zeit. Also sie zitieren auch in dem Fall natürlich eine Szene aus dem ersten Teil. Ja, klar. Und das vergeht einfach viel zu schnell. Während man sich im ersten Teil dafür Zeit genommen hat, also abgesehen davon, dass es dann irgendwie die Kontinuität so ein bisschen stört. Der erste Teil hat sich auch Zeit genommen, seine Figuren einzuführen. Und Profil zu geben. Aber die haben doch hier kein Profil. Niemand kümmert sich. Also niemand kümmert mich hier in diesem Film. Richtig. Aber Zeit verwenden sie trotzdem drauf. Nur halt keine erfolgreich genutzte Zeit. Ja, es ist halt überhaupt nicht effektiv. Und das ist ein großes Problem. Denn wie du schon gesagt hast, wenn die Aliens kommen und so, das Thema Spannung, also ich kann wirklich nur mitfiebern und es wirklich nur spannend finden, wenn mich das irgendwie juckt. Und hier gibt es ja so ein paar Situationen, in denen gewisse Personen oder so halt auch Entscheidungen treffen, die eher logisch als emotional sind. Und die kann ich dann schon eher nachvollziehen. Es ist halt so ein bisschen ironisch, die Figur, die sie letztlich, also aus meiner Warte heraus, am interessantesten und besten in Anführungsstrichen geschrieben haben, ist tatsächlich die des Androiden. Ja, das ist die beste Figur einfach hier. Ja. Weil sie am ausführlichsten geschrieben ist. Und vor allem halt auch, weil sie, sag ich mal, eine Entwicklung selbst im Franchise irgendwie aufzeigt. Weil es war ja zumindest in den ersten beiden Teilen, waren ja die Androiden schon relativ wichtige Figuren. Vor allem Schlüsselfiguren. Besonders, wenn wir uns dann halt in den Endszenen, sag ich mal, befinden. Weil die ja wirklich dann mehr oder weniger darüber entschieden haben, ob die Menschen das Ganze überleben oder ob sie sogar eher dagegen arbeiten und selbst dann eine Gefahr dafür darstellen. Und da fand ich, haben sie es hier ganz cool gemacht, dass sie da auch wieder mehr oder weniger so einen Zwischenweg gefunden haben. Und auch so eine Entwicklung innerhalb der Androiden irgendwie aufgezeigt haben. Weil es ist ja letztlich auch nicht der einzige Androide, der gezeigt wird, ohne viel vorwegzunehmen. Da nur noch der kurze Hinweis, da war es echt peinlich, was dort gezeigt wurde, wenn man dann versucht, eine Figur aus den alten Teilen irgendwie darzustellen. Das war CGI aus der Computerhölle. Ja. Das war ganz, ganz furchtbar. Und da können hier deine Jungs auch nicht sagen, was sie da für tollen Scheiß geleistet haben. Nee, das wird wahrscheinlich auch nicht bei der Corridor-Crew gut wegkommen. Das sah wirklich sehr müllig aus. Und es war halt auch unnötig. Ja. Weil es ist ja nicht dieselbe Figur. Ach ja, stimmt. Das vergisst du auch die ganze Zeit. Das war so übers Knie gebrochen, dass man es einfach nicht braucht. Das war nur, wie so häufig in diesem Film, um zu zeigen, kennst du noch Alien? Kennst du noch Aliens? Erkennst du, kennst du, kennst du? Ja, Mann, kennen wir. Halt die Fresse, zeig mir irgendwas Neues oder zeig mir bitte etwas Interessantes. Da ist nämlich die Sache, es gibt hier ein Gimmick in dem Film. Das wird eingeführt am Anfang, das mit der Schwerelosigkeit und der Erdanziehung. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, okay, gut, wann nutzen sie dieses Gimmick mal in einem Kampf? Und wenn das dann kommt, ist das die beschissenste Umsetzung, die man sich überhaupt für dieses Gimmick hätte einfallen lassen können. Die langweiligste zumindest. Ja, da passiert halt tatsächlich nichts, weil da ist ja die Action darum auch schon quasi geschehen. Ja, und das ist total schade, denn so ein Kollege hat ja das Wort Mohunjagd in dem Zusammenhang genannt, was ich sehr treffend finde. Und darauf folgt aber eine Fahrstuhlszene, die gar nicht mal so schlecht ist. Die sieht cool aus und hätte man auch durchaus was draus machen können, aber ... Ist jetzt auch wieder ein Motiv aus dem Aliens, nur so nebenbei. Ja, natürlich ist das nicht neu, aber da hätte ich mir dann wieder doch ein bisschen mehr Baller-Action gewünscht. Das kommt dann leider da ein bisschen zu kurz. Also ich finde so alle Entscheidungen, oder fast jede Entscheidung, die sie getroffen haben, ist irgendwie so knapp an gut vorbei. Und leider wirklich besteht der Film hauptsächlich aus Zitaten, also sowohl bildlich als auch dialogmäßig. Und das kann mich halt nicht überzeugen. Also vor allem, wenn die Figuren uninteressant sind. Klar, die Geschichte, das mal dahingestellt. Das ist super simpel, da habe ich ja generell nichts gegen. Aber dann kann der Film auch direkt eigentlich losgehen, anstatt nochmal alles irgendwie mysteriös einzuführen. Weil ich denke, ja gut, Leute, ihr spielt die ganze Zeit damit so von wegen, kennste, kennste. Ja Mann, ich kenne es. Dann brauchst du es mir nicht alles nochmal von vorne zu erzählen. Was soll denn das? Ja, aber da hast du ja dann auch wieder, sag ich mal, das, was das Problem insgesamt an dem Film ist. Das ist halt ein Film für jüngeres Publikum, das halt das Franchise noch nicht so kennt. Und vielleicht auch sogar erst noch entdecken muss. Und den wird es halt gar nicht auffallen. Sondern der macht dann letztlich wahrscheinlich auch ein bisschen Werbung für dieses Franchise. Weil er halt zumindest so ein paar ikonische Sachen halt zusammenklaut. Auch wenn sie dann in den Originalfilmen in der Regel besser eingebettet sind. Aber letztlich ist das wahrscheinlich ein guter Werbefilm für die jüngeren Zuschauer, um sich dann halt die alten Filme anzuschauen. Und genau das ist der Grund oder das Zusammenfassend sind das die ganzen Gründe, warum der Film nichts für mich ist. Warum auch wahrscheinlich nichts für dich ist. Ja, denn das war sehr interessant zu sehen bei der Pressevorführung danach, wie dieser Film gespalten hat. Das war wirklich sehr interessant. Also jetzt mal grob überschlagen war, war das so bei allen 40 plus, die waren so enttäuscht. Die haben gesagt, ja toll, kenne ich alles schon. Rip-off, Compilation. Ja, kann ich, so interessiert mich nicht. Unterwältigt, enttäuscht. Darunter die meisten, ja, also auch unsere Freunde und Kollegen von Cinema Strikes Back. Schöne Grüße. Denen hat der gefallen. Die fanden den richtig gut. Und haben auch dann so gesagt, das finde ich manchmal auch ein bisschen schade, dass manche Kollegen, so wenn man unterschiedlicher Meinung ist, also es war dann auch so ein bisschen witzig, aber ich wollte ja dann wirklich verstehen. Irgendwann habe ich ja mehrfach nachgefragt, so ey, was fand ihr spannend? So was fandet ihr in den Figuren gut? Und ich finde ja so einen Austausch geil, aber ich hatte irgendwie so gestern den Eindruck, oder auch manchmal, dass bei manchen Kollegen, zumindest sage ich jetzt nicht bei allen, ich sage jetzt auch nicht bei wem, aber dass die dann sehr schnell auch dann gehen. Was denn? Ich weiß, wer du meinst. Ja, aber das war gestern nicht das erste Mal. Also sonst auch, wenn es irgendwie auf Konfrontation, also was unterschiedliche Meinungen zu Filmen angeht, fällt dann auch sehr schnell, ja, let's agree to disagree. Ja, ja, klar, das sowieso immer. Ist ja nicht schlimm, wir können ja unterschiedlicher Meinung sein, aber ich möchte auch nur den Austausch haben. Ich will ihn verstehen und ich finde das auch interessant. Ich habe den Christoph N. Kellerbach, schöne Grüße. Als ich ihn kennengelernt habe, hat er mir 20 Minuten lang erzählt, warum Blade Runner 2049 der beschissenste Film aller Zeiten ist. ein super scheiß Sequel und ich fand das total interessant und bin komplett überhaupt nicht seiner Meinung. Keinem der Punkte stimme ich ihm zu, aber ich kann sie trotzdem nachvollziehen und das fand ich ein bisschen schade, dass so dieser Austausch ein bisschen gefehlt hat. Das wurde dann eher so ein bisschen, ja, okay, die grummeligen Alten und so, und so ein bisschen so abgetan. Das war schade, aber es war sehr interessant zu sehen, dass wirklich ab einem gewissen Alter, dass die Leute enttäuscht waren und die Jüngeren den halt besser fanden. Also es scheint zu funktionieren, weil er ja auch wirklich an ein junges Publikum gerichtet ist. Er hat nämlich heute mit einem Kollegen, wir jetzt kein Name-Dropping betreiben, aber der auch eher unser Alter ist, also ein bisschen älter und der auch in der Szene sehr bekannt ist und der hat halt die ähnliche Meinung wie wir, was halt passt. Weil er auch ein alter Sack ist. Er auch ein alter Filmgeek ist. Verbitterter alter Sack ist. Genau, schöne Grüße nach Hamburg. Und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant zu sehen. Ich glaube, es gab wenige, die dazwischen waren, aber deswegen kann ich auch sagen, also ich fand den Film jetzt auch nicht scheiße oder so. Ich kann den nicht wirklich hassen. Dafür sieht er auch zu gut aus. Dafür waren die Szenen dann auch irgendwie schon ganz cool. Die Effekte waren gut. Die hatten auch Animatronics drin und so. Das sah schon alles cool aus. Ja. Aber er hat mich nicht erreicht. Ja, gebe ich dem Film auch. So das Handwerkliche, vor allem halt auch das Optische, das Einbetten in dieses 80er Jahre. Das hat wunderbar funktioniert, finde ich. Also das sieht dem sehr ähnlich. Er sieht wirklich aus, als wenn er zwischen dem ersten und zweiten spielen würde. Genau. Das Einzige, wo ich sagen würde, handwerklich, abgesehen vom Drehbuch vielleicht, Ja, Drehbuch. Und Figurenzeichnung, würde ich aber tatsächlich noch die Musik noch bemängeln. Okay. Weil gerade in Teil 1, also in Alien und in Aliens, also Goldsmiths und Horner, die haben ja wirklich großartigen Score geliefert. In beiden Fällen. Ja, das stimmt. Etwas unterschiedliche Tonalität, aber beides großartig, episch und wunderbar passend. Erinnerungswürdige Themen waren das. Ja, und ich finde das hier, das geht total unter. Man hat mal kurz das Thema von Horner, also von Aliens, wenn Ripley den Aufzug hochfährt und dann die erste richtige Begegnung mit der Mutter hat, mehr oder weniger, dieser pulsierende Soundtrack, der da kommt. Das wird hier kurz einmal angeteased, aber ansonsten habe ich zumindest nichts musikalisch erkannt, aber ich habe auch nichts musikalisch irgendwie abgefeiert. Und ich fand auch, das Sounddesign an sich war jetzt nicht so überragend, wie es es halt in den besseren Teilen des Franchises auf jeden Fall immer war. Oh ja, Thema Sounddesign, also beziehungsweise Soundmischung, also diese Jumpscares, die dann über Sound funktionieren, das war so laut einfach, wenn irgendwie ein Szenenwechsel war oder irgendwo was runterfällt oder irgendwas gegen eine Weile. Es ist halt so laut, es ist wirklich nur dafür da, um dich irgendwie aus dem Kinositz zu schocken. Und ich fand es einfach nervig. Ich denke, okay, wenn du sonst keinen Jumpscare-Cool in Szene setzen kannst, dann machst du es halt mit einem lauten Geräusch, aber so laut, also das war wirklich gar nicht mehr im Verhältnis zum restlichen Mix des Films, zum Soundmix. Das hat mich echt genervt. Wir werden bald über einen Film sprechen, der einen sehr, sehr guten Jumpscare hat, nämlich Exorcist 3, einen sehr bekannten Jumpscare. Und da werden wir auch erzählen, warum der gut ist. Und der hat einen ganz anderen Aufbau. Genau. Ja, also deswegen, wir sind da enttäuscht. Leider. Ja, wirklich leider, weil ich war auch wirklich bereit, den gut zu finden und hatte dann letztlich, also kurz vor Kino, Einlass quasi, da hatte ich ja schon auch Bock drauf. Ja, schade, aber es wird Leute geben, die den gut finden, also wahrscheinlich dann, ja so, alle um die 30 und drunter. Jüngeres Publikum wird auf jeden Fall Spaß damit haben, denn die Versatzstücke, die da drin sind, natürlich sind die gut, aber die haben wir eben natürlich auch schon mal in anderen Filmen gesehen und vor allem in Filmen aus diesem Franchise, die wir jetzt ganz spontan mal ranken. Hast du Bock auf eine ganz spontane Alien-Ranking-Liste? Ja, nach deinem Age-Shaming sollten wir auf jeden Fall ein bisschen Wiedergutmachung betreiben, weil es gibt ja noch andere Teile in dem Franchise, die jetzt nicht ganz so geil sind. Ja, du hast gesagt, Prometheus zählt nicht dazu. Nein, also ich bin mir, also ich hätte den tatsächlich spontan nicht dazugezählt, intuitiv, weil abgesehen davon ist es der einzige, der nicht Alien heißt. Hat sich das für mich immer auch so ein bisschen angeführt wie so ein Spin-Off irgendwie in der Richtung. Ja, es wurde lange angekündigt, dass es eben nicht Alien ist und dann guckt sie denen an, da gibt es Eier und dann kommen da Aliens raus oder später entwickeln die sich halt zu Viechern, die sehr ähnlich den Aliens aussehen und ohne jetzt zu spoilern, der Alien Romulus, wie gesagt, der zieht ja auch mal so eine Parallele da irgendwie zu Prometheus, da denke ich mir dann auch, ja gut, anscheinend ist es Kanon. Und dieser Android, der ist auch auch dabei, der auch in Convenient hier dabei ist. Covenant. Ja, ich weiß. Ich fand das cool, dass der eine Kollege in Alien Convenient gesagt hat. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde den halt auch gerne rauspacken, weil das tatsächlich der Film ist, an den ich mich eigentlich so gesehen gar nicht erinnere. Bis auf diese Szene, die auch im Trailer die ganze Zeit, oder das war glaube ich der Teaser, dieses Wesen, das da das in den Fluss da beziehungsweise Wasserfall runterschmeißt. Das ist das Einzige, was ich aus dem Film noch weiß. Ich habe ansonsten mir nichts mehr gemerkt. Deshalb wäre es für mich schwierig zu sagen, wo ich den jetzt einordnen würde. Beim Rest würde ich es glaube ich schaffen. Ja, dann packst du den halt ganz nach unten, weil der vergessenswert ist. Okay, willst du den drin haben? Mir ist das egal. So Alien Prämutus, ist der jetzt dabei oder nicht? Ja, wenn er dabei ist, dann ist er mir immer ganz unten, weil ich weiß nichts mehr über diesen Film. Okay, ich habe ganz unten Alien Convenient, also Alien Covenant habe ich ganz unten auf Platz sieben. Den hätte ich auf jeden Fall da hingepackt, oder den kann man ja auch dazu packen. Ah ne, das ist ja eins bis sieben dann, okay. Bei mir ist ein Covenant auf sechs, so einfach. Okay, ich habe da den Prämutus. Ja gut. Das ist übrigens für die Leute, die sich jetzt aufregen und sagen, Prämutus ist doch der Hittenbach-Film. Ja man, das ist ein Gag. Ja, und vor allem, es wird glaube ich auch noch eine Handvoll geben, die das rafft, also die zumindest Prämutus gesehen hat. Ja, also bei mir ist auf sieben Covenant, auf sechs Prämutus. Ja, der Rest ist gleich. Da kann jetzt einer von uns was zu sagen, bis auf die letzten beiden vielleicht. Ich weiß nicht. Ich habe Alien 4 auf 5. Ja klar. Und auf 4 hast du Alien 3? Ne, eigentlich Romulus. Ach, Romulus gibt es auch noch. Stimmt, den habe ich vergessen. Ja, da haben wir gerade drüber gesprochen. Ja stimmt, Romulus packe ich auf die 5, glaube ich. Habe ich mir nämlich gedacht. Ich habe Romulus jetzt mal knapp über Alien 4 gepackt. Einfach weil er von der Optik mich mehr anspricht. Ja, aber du hast halt ... Alien 4 ist Edeltrash, ich weiß, aber der ist auch spaßig und so. Ja, und du hast Ron Perlman, ne? If you don't want to play basketball, I know some other indoor sports. Ja, und halt Basketball und so, ne? Also den No-Look-Shot und so, das ist natürlich großartig. Auf jeden Fall. Nein, ich mag auch das Ende mit diesem Alien-Hybrid und so. Ich wollte es nur ein bisschen spannender machen, das Ranking. Habe jetzt einfach Romulus auf Platz 4 gepackt. Okay, dann ist aber Platz 3 ist 3. Das ist Alien, Teil 1. Nein. Nein, das ist Alien 3 natürlich. Oder Alien hoch 3. Von David Fincher, ja, der ist auf 3. So, und auf Platz 2, jetzt wird's spannend. Bei mir ganz klar Aliens. Von James Cameron? Ja. Das ist richtig. Das ist die korrekte Antwort. Das ist die korrekte Antwort, habe ich hier nämlich auch stehen. Sehr gut. Einfach weil Ridley Scott's Alien muss auf die 1, obwohl ich finde das ähnlich schwierig wie bei Terminator und Terminator 2, obwohl ich glaube, bei Terminator bin ich mir schon eher eindeutig, eindeutiger sicher, dass Terminator 1, dass ich 1 lieber mag als den 2. Ja. Hier ist der Unterschied noch mal krasser zwischen Horror, also wirklich Sci-Fi-Horror und dann Sci-Fi-Action-Horror. Ja, aber Alien hat das losgetreten, diese Atmosphäre, diese, ach, Cinematografie und alles und hat das alles eingeführt und es ist alles so gut, deswegen Alien auf 1, Aliens auf 2, klar. Ja, Nuancen, die entscheiden, aber ich sehe da auch Scott einen Ticken vorne. Alles klar. Dann war's das für heute mit Alien erstmal, also in diesem Podcast zumindest. War ja auch recht lang, aber gut, man hat ja auch ein bisschen was über zu reden, ne? Wir haben den, der war 2 Stunden, stimmt, dazu muss ich sagen, ich fand ihn da tatsächlich letztlich kurz, weil ich, es war jetzt nicht so, dass der mich die 2 Stunden lang so genervt hat, dass ich nur wollte, dass der zu Ende geht. Das stimmt. Er hat sich dann auch letztlich nicht so angefühlt, als wäre es ein 2,5-stündiger Film, was ja schon mal vorkommen kann. Die meisten sind ja relativ lang in dem Franchise, von daher, das ging dann tatsächlich noch klar. Also ich habe keine kalten Füße gekriegt. Kein kaltes Fleisch, ja? Ja, das war kein ganz schwacher Versuch, hier überzuleiten. Ja, dann hau mal rein, dann leite mal weiter. Nach Großbritannien, Großbritannien, Great Britain, schräg schräg Kanada. Blame Kanada. Wobei, Blame Kanada. Es ist eine kanadische Produktion, spielt in den Rocky Mountains und es glaube, es sind meist, ich weiß es nicht, Nina Bergman, ist das eine Amerikanerin? Die Rocky Mountains, die sind aber in den USA, nicht in Kanada. Aber wenn es eine kanadische Produktion ist, könnte es ja trotzdem kanadische Schauspielende sein. Ja. Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich, Alan Leach, habe ich zumindest den Namen schon mal gehört. Der Typ kommt mir auch relativ bekannt vor, aber, keine Ahnung, könnte ich jetzt nachgucken, ist aber gar nicht so wichtig. Ich habe mir nämlich einen Tiberius-Link mal wieder vorgenommen. Mhm, habe ich gesehen. Ach, du hast den auch gesehen? Nein, ich habe gesehen, dass du, du hast den ja besprochen, also du hast ja gesagt, dass du den besprechen willst. Und dann habe ich gesehen, dass das aus der Link-Liste ist. Korrekt. Ein Film, der tatsächlich erst im September anlaufen wird, Anfang September und im Oktober kommt er dann auf Blu-ray und DVD. Ein, ja, Survival-Thriller. Hier steht dann noch so als Werbung High-Concept-Survival-Thriller. Was heißt High-Concept? Ja, dass er ein tolles Konzept hat. Ach so. Ne, der wird sich krass konstruiert. Ich glaube, das soll ein bisschen was über die Qualität suggerieren. Mhm. Eher so. Okay, ja, keine Ahnung. Also angeblich hat er auch verdammt gute Bewertungen bei Rotten Tomatoes, aber da gebe ich jetzt erstmal einen Scheiß drauf, einen Mittelfinger drauf. Wobei Rotten Tomatoes, finde ich schon, ist einer der cooleren Plattformen, sage ich mal, was Kritiken angeht. Aber das mal beiseite. Es ist ein Film aus diesem Jahr. Er spielt halt, wie gesagt, in den Rocky Mountains. Das heißt, es ist kalt, meiste Zeit dunkel und es liegt halt verdammt viel Schnee. Es fängt so ein bisschen an wie Last Stop at Yuma County, den wir ja letztes Jahr gesehen haben. Dieses Jahr. Dieses Jahr? Diese Filmfesten Nights, meine ich. Ja, okay, gut. Und dass es in den Rocky Mountains Schnee liegt, ist halt schon klar. Also Colorado generell ist schon sehr, sehr schneebedeckt. Ja, Stehsturm. Aber wir sind halt erstmal in so einem Diner. Dort kehrt der David ein, der dort seine Pause von was auch immer macht. Und dann kommt es zu einem Vorfall, bei dem die Kellnerin, die ihn bedienen, von ihrem gewalttätigen Ex-Mann, ja, wie soll ich sagen, angegriffen wird, mehr oder weniger, weil sie seine Anrufe nicht entgegennimmt. Und dann geht es um das Sorgerecht der Tochter. Also man merkt halt auf jeden Fall, da gibt es noch gewaltige Probleme. Und der gute David, hier von Alan Leach gespielt, der stellt sich dann quasi zwischen die Beide und sagt so von wegen, hier, du hast zwei Optionen, entweder du verhältst dich jetzt vernünftig, schläfst deinen Rausch aus, weil er natürlich auch betrunken ist und hast noch mal eine Chance, deine Tochter zu sehen. Oder das eskaliert, du landest im Knast und wirst deine Tochter nie wieder sehen. Und dann hat er ihn natürlich überzeugt, er geht von Dannen, sie ist ewig dankbar, er haut ab und dann entfaltet sich eine Geschichte, die in eine Art Kammerspiel endet. Also wer das Cover von dem Film gesehen hat, also zumindest das Poster von dem Film gesehen hat, der weiß auf jeden Fall schon, in welche Richtung das geht. Es ist letztlich kein großer Spoiler, wenn ich jetzt sage, es endet in einem Auto, also was heißt endet, es ist, weiß ich, 60, 70 Prozent spielen dann in seinem Auto, das durch bestimmte Umstände liegen bleibt, einschneit und dann ein Überlebenskampf halt entbrennt. Entbrennt, genau. Schönes, schöner Gegenpol zum Schnee. In welcher Konstellation das passiert, das verrate ich jetzt nicht. Aber, das tut der Film leider sehr früh schon selbst. Okay, schade. Ja, die Richtung, also das, worauf es hinausläuft, ist erstmal klar. Das habe ich tatsächlich relativ früh gecallt. Also, am Anfang kann man es vermuten, aber es gibt natürlich mehrere Optionen, wie es weitergeht. Da lag ich auf jeden Fall schon mal richtig und dann, beziehungsweise, und dann gab es immer wieder Hinweise, die das bestätigt haben, dass man eventuell in die richtige Richtung denkt. Das heißt, da bietet er leider schon mal wenig Überraschung. So, finde ich schwierig, weil ich jetzt eigentlich immer so einer bin, mich kann man schnell überraschen. Also, es gibt schon den einen, den anderen Film, bei dem ich mich da nicht verarschen lasse und dann halt irgendwie schon auf die richtige Fährte komme, aber selbst bei Shia Malan, da habe ich in der Regel nichts gecallt, was der so gemacht hat. Also jetzt beim letzten, aber da war es auch nicht schwierig. Aber es braucht nicht viel, um mich zu verarschen, okay? Und das ist halt Ich weiß, Peter, mache ich jede Woche hier eine Stunde lang aus. Mich verarschen. Sinne viel. Von daher ist das schon mal ein Kritikpunkt, den ich an den Filmen habe, weil das den schon recht spannungsarm dann macht, auch wenn der Überlegungskampf dann zumindest in der engen Räumlichkeit zu überzeugen weiß, weil wie gesagt, spielt halt im Auto, hat dann hier und da vielleicht auch wieder eine coole Idee, wie man das Ganze dann auch ein bisschen so abwandelt, dass es, wie soll ich sagen, neue Konstellationen gibt, vor allem was das Machtgefälle angeht. Das, was dann thematisch dabei passiert, fand ich jetzt von der Stange, also das war jetzt nichts, was mich groß begeistern konnte. Es war halt auch so ein bisschen Küchenpsychologie, die hier abgespielt wurde. Das fand ich dann auch schon wieder schwach, auch wenn es cool gespielt war. Sind auf jeden Fall in den Rollen gut aufgegangen, ich nenne jetzt hier keine Namen, außer den Alan Leach, weil er hier den Lead-Role hat und damit ist er halt alles andere als außen vor und gibt halt maßgeblich den Ton an, aber es ist halt kein Geheimnis, wer hier auf welcher Seite spielt, beziehungsweise wer gut, wer böse ist, sagen wir es mal so und worauf das Ganze dann hinaus arbeitet und was dann eventuell auch der Ausgang ist, wobei es dann auch noch eine Facette gibt, da kommt so ein bisschen Folklore mit rein, also das wusste ich nicht, das habe ich tatsächlich nachgelesen, ich hatte das Gefühl, das soll so richtigen Creature Feature gehen, habe das dann so interpretiert als metaphorischen Ansatz, Beast Within und solche Geschichten halt auf der psychologischen Ebene, kann man auf jeden Fall so sehen, wird es wahrscheinlich auch sein, aber hat wohl auch noch einen volkstümlichen Hintergrund, den ich halt nicht kenne und ich finde auch, den man halt nicht heraus erkennen könnte. Man muss es halt, weiß ich, ob es auf dem Buch basiert, aber man muss auf jeden Fall irgendwas gelesen haben, um zu wissen, dass da eine bestimmte Sage, sag ich jetzt mal, angesprochen wird oder angedeutet wird mit. War dann aber zumindest auch noch so ein Kniff, wo ich gesagt habe, okay, auch ein interessantes Motiv, wurde aber leider auch zu wenig ausgespielt, sodass wir uns dann wirklich nur auf diesen Überlebenskampf, auf diesem engen Raum konzentrieren und das funktioniert dann leider auf die gesamte Laufzeit dann nicht mehr. Auch wenn der dann, wie gesagt, die Räumlichkeiten auch inszenatorisch nutzt, bei limitiertes Setting, dennoch schafft das irgendwie, das so darzustellen, dass du nicht gelangweilt bist von dem, was du siehst. Vor allem in Anbetracht dessen, dass eigentlich nur weiße Landschaft zu sehen ist. Ja, aber so richtig weggehauen hat er einen natürlich dadurch dann halt auch nicht wirklich. Schade, aber klingt so nach einem besseren Film von Tiberius. Also gab er sonst eher Filme, die uns enttäuscht haben. Genau, das ist kein Ausfall, das ist ein 90-Minüter, der zumindest so ein bisschen auf der Spannungsebene, also jetzt nicht von dem, dass man nicht weiß, was passiert, sondern eher, wie es dann passiert, wie es umgesetzt ist, was dann für kleine Abzweigungen dann eventuell genommen werden, ist das schon in Ordnung. Und vom Schauspiel her fand ich das ganz cool von den Agierenden. Hat auf der Ebene zumindest kurz Spaß gebereitet, aber so auf gesamter Laufzeit doch eher schwächelnd, aber im Kontext Tiberius, was jetzt hart klingt, ist auf jeden Fall schon einer der Besseren. Aber ich denke mal, da würde ich dann tatsächlich auf den Streaming-Dienst, sag ich mal, warten. Wie gesagt, Anfang September, wer halt auch so High-Concept-Survival-Thriller steht, der könnte auf jeden Fall ja abgeholt werden. Ja, High-Concept, finde ich auch immer, wenn man das so dazu schreibt, als Genre-Beschreibung, bisschen prätentiös, aber das ist, ja, weil es halt so suggerieren soll, von wegen so, ja, da hat man sich ganz besondere Gedanken gemacht und so und da steigt vielleicht nicht jeder durch. Naja, nun gut, wir geben uns jetzt mit dem Killer on the Road, denn Square One Entertainment bringt heute, am 16.8., also die Folge kommt für die Patreons natürlich schon am 15.8. raus, aber seit dem 16.8., seit diesem Freitag, gibt es den Film The Killer on the Road vom Verleih Square One Entertainment. Die haben uns den Film geschickt oder haben ihn mir geschickt, weil ich Interesse dran hatte und der wäre eigentlich perfekt gewesen für unser True-Crime-Format mit Laura, aber da der jetzt schon rauskommt und ich habe den letzte Woche bekommen und habe den halt dann schnell geguckt und das hat dann alles nicht mehr so funktioniert, weil alle viel zu tun haben. Ich wusste nämlich nicht, dass es sich um eine True-Crime-Geschichte handelt, wusste ich im Vorfeld nicht, habe ich dann erst gemerkt, als ich den Film geguckt habe. Ist ja schade. Ja, im Original heißt er He Went That Way. Which way? Ja, That Way. Ich verstehe den Titel nicht ganz, aber ich erzähle erstmal, worum es geht. Wir befinden uns im Jahr 1964, Ära, soweit ich das beurteilen kann, zumindest filmtechnisch, eigentlich ganz gut eingefangen, so von Outfits und von den Locations und so weiter. Und wir folgen halt hier dem Jim, der ja durchs Land fährt und dann einen, er Tramper, will ich nicht sagen, nee, er nimmt einen jungen Mann mit, und zwar den Bobby, der ist ein bisschen jünger als er. Also der Jim wird gespielt hier von Zachary Quinto, den kennen wir aus der Serie Heroes damals zum Beispiel, oder eben als Spock, Spock in der neuen Star Trek Trilogie, etc. Ich verwechsel ihn äußerlich gerne mal mit Eli Roth, weil die beiden sehen sich schon, die sehen sich schon sehr ähnlich. Und ja, der ist jetzt Ende 40 und auf jeden Fall hat er halt den jüngeren Bobby, der hier 19 Jahre alt sein soll, gespielt von Jacob E. Lordi, den kennt man aus der Serie Euphoria, aber zuletzt habe ich ihn zumindest in Saltburn gesehen, letztes Jahr, der mir gut gefallen hat. Jacob E. Lordi spielt dann halt diesen, der wird auch so eingeführt, der ist halt ein Serienkiller. Der erschießt Leute, der lässt sich mitnehmen von Leuten und erschießt die und hat irgendwie ein bisschen Ratsch am Kappes, angeblich, weil er irgendwie private Probleme hat, etc. Naja, nun steigt er halt beim Jim ins Auto und die beiden fahren los, was der Jacob aber vorher nicht wusste, dass dieser Jim im Showbusiness tätig ist und der hat im Kofferraum Zippy. Ach so, eine Puppe? Nee, also das Lustige ist erstmal, dass Zippy, ich glaube auf Arabisch oder so ähnlich, bin ich sicher, Persisch, Arabisch, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, heißt es Schwanz. Aber da haben sich die Amerikaner, glaube ich, damals keine Gedanken zu gemacht. Zippy ist ein Schimpanse, der im Fernsehen auftritt, ist so ein Show-Schimpanse und den hat er mit an Bord, denn das Showbusiness ist hart, irgendwann funktioniert das mit TV nicht mehr so und deswegen hat er den dabei, fährt durchs Land und versucht Shows zu buchen und fährt eben so von einer Show vor Ort zur nächsten. Und der Film handelt eigentlich davon, dass die beiden Männer sich irgendwie so ein bisschen näher kommen, dass die so eine Verbindung zueinander aufbauen. Wird das etwa homoerotisch? Nee, nicht wirklich. Okay. Basiert ja auf einer wahren Begebenheit. Ja, stimmt. Es ist wirklich so passiert, der Jim, der noch lebt, den sieht man am Ende des Films auch und der sagt dann noch ein paar Sätze dazu, wie das halt damals war, als der Bobby eingestiegen ist und so weiter und so fort. Und also in echt war das wohl so, dass der Bobby wegen des Schimpansen eben nicht sofort quasi seinen Plan durchgezogen hat und dann zudem auch eine Beziehung aufgebaut hat. Im Film kommt das ein bisschen später. Naja, auf jeden Fall fahren die halt dann so von Motel zu Motel und so weiter, aber der Jim, der ist, also natürlich findet die Situation generell nicht gut. Das ist eine sehr lustige Szene kurz zuvor, in der er, also da checkt er halt noch nicht, dass der Bobby ihn umbringen will. Da ist er bei dem von Troy Evans gespielten, wenn ich das richtig im Sinn habe, Portier, keine Ahnung, also in so einem Motel eben, an der Rezeption und er versucht ihm die ganze Zeit Messer zu verkaufen und der Jim sagt so, nee, hier habe ich kein Interesse dran und hin und her und der Troy Evans, seine Figur, macht so eine richtige Präsentation und macht so einen Koffer auf und hier und das Messer ist für das gut und das Messer hier und man muss sich ja schützen und bla bla bla, zieht seine ganze Show ab und ist dann total enttäuscht, dass der Jim nicht wenigstens ein kleines Messer kauft. Hätte er mal besser gemacht. Ja, hätte er mal gemacht. Ja, auf jeden Fall, wenn man nicht wüsste, dass es eine wahre Geschichte ist, würde man sich die ganze Zeit denken, so was reitet denn den Jim, dass er ihn irgendwie, dass er nicht versucht zu flüchten oder dass er versucht, ihn zu überrumpeln oder so. Es ist halt so, dass der Jim sein Wort hält, ne, also die schließen dann Deals ab, okay, wenn du das machst, dann mache ich das nicht und hin und her und somit, ja, werden sie zu Verbündeten. Es ist halt auch so ein bisschen hier in der Stockholm-Syndrom, denke ich mal, am Start und ich finde, die Figuren machen das ganz gut. Zachary Quinto spielt allerdings so, der spielt schon sehr unterkühlt. Das habe ich dann manchmal der Figur nicht ganz so abgekauft und was sehr, sehr merkwürdig ist, abgesehen davon, das ist eine sehr interessante Geschichte, gerade weil sie wahr ist, dieser Schimpanse, es hat kein echter Schimpanse, also der Film hat auch nicht viel Geld gekostet, der hatte kein hohes Budget, was man ihm generell nicht ansieht, man merkt das aber, weil dieser Schimpanse eben von einem kleinen Kind, glaube ich, gespielt wird, das halt eine Affenmaske anhat und eine Schimpansenmaske. Okay. Man merkt das halt an den Bewegungen. Also es ist eine gute Maske, auch so was die Hände angeht und so weiter, aber so bewegen sich halt Schimpansen nicht, so bewegen sich kleine Kinder, die versuchen Schimpansen nachzumachen. Das wirkt schon ein bisschen komisch. Also da ist die Suspension of Disbelief schon, wird hart an die Grenze getrieben. Was den Film aber wirklich bemerkenswert macht, ist der Look. Der sieht wirklich geil gefilmt aus. Also da sind Kameraeinstellungen dabei und der ist auch so von den ganzen Farbeinstellungen und so sieht der wirklich, wirklich gut aus. Also wir haben den, also Fernseher ist jetzt nicht klein, wir sitzen auch relativ nah dran, aber den so auf Leinwand oder halt auf einem größeren Bildschirm zu sehen, so das ist bestimmt schon cool, weil die fahren viel über die Route 66, ist ja auch wirklich eine pittoreske Gegend einfach und gerade so für Film bietet sich das echt an und irgendwie, ja es ist eine spannende Geschichte und der Film, also dafür, dass der halt so in Anführungsstrichen günstig war, ich weiß es nicht genau, aber der hat jetzt kein 100 Millionen Dollar Blockbuster Budget oder so, der sieht wirklich, wirklich gut aus. Also Kameraeinstellungen, das Bild, die Qualität, die Cinematografie hebt den nochmal so auf ein anderes Level. Er kann natürlich jetzt nichts unfassbar krasses, spektakuläres machen, weil das eben die Geschichte nicht hergibt und ich finde auch manchmal diese Flashbacks, so ein bisschen Fehler am Platz, der Film ist an sich nicht sonderlich brutal oder blutig, das versucht er dann eben durch diese Flashbacks von Bobby zu erzählen, was er denn noch so gemacht hat und so weiter und Jim versucht ihn auf jeden Fall die ganze Zeit so ein bisschen wie so ein Mentor, ihm so einen Sinn im Leben zu geben und ihn so auf den rechten Weg zu bringen. That way halt, ne? Ja gut, he went that way sagt man ja irgendwie so von wegen, er ist da lang gelaufen. Ja, falsche Informationen an die Polizei geben. Ja, oder vielleicht he went that way, so von wegen, er hat sich halt für diesen Weg entschieden. Achso. Ja gut, das kann man vielleicht so noch übersetzen. The Killer on the Road ist ein Titel, der es voll auf den Punkt bringt natürlich. Was ist das für ein Titel? Woher kommt der? Das ist der deutsche Verleihtitel. Ah, okay. Der deutsche Verleihtitel ist besser. Ja, also eindeutiger auf jeden Fall. Ja, okay. Und unter dem Titel bekommt ihr den Film auch heute, seit heute, den 16. August von Square One Entertainment. Ich spreche da mal so eine kleine Empfehlung aus, das ist ein kleiner Film, vielleicht mal für so einen Sonntagnachmittag. Er ist nicht super, aber er ist ungewöhnlich und das gefällt mir halt und dafür seid ihr ja hier bei Szene viel, nicht um nur irgendwelche Filme zu hören oder empfohlen zu bekommen, die sowieso jeder kennt, sondern auch mal was, was Außergewöhnliches zu sehen. Ja, hätte ich gerne in der True Crime Crew besprochen, werden wir mit einem anderen Titel wahrscheinlich irgendwann machen. Auf jeden Fall interessant, lebt wirklich von der Cinematografie und dieser außergewöhnlichen Geschichte, hat aber auch dann auch wirklich so ein paar komische Sachen, wie eben so die Schimpansen, was vom Kind gespielt wird und so. Gibt aber noch ein paar coole Szenen, wenn der Jim da irgendwie zum Beispiel Schulden eintreiben möchte bei einem Priester, den er kennt. Das ist dann eigentlich ganz cool. Ja, so ein True Crime Road Trip Film, den ich mit einer kleinen Empfehlung rausschicke. Das ist doch schön. Mach ich doch mit ungewöhnlichen Filmen, mit einem ungewöhnlichen Film weiter, den wahrscheinlich auch nicht jeder auf dem Schirm hat, beziehungsweise der wahrscheinlich ein wenig unbekannter ist. Ein Film aus den 70er Jahren von einem Regisseur, der dir ein Begriff sein sollte, John Grismer. Nein, sagt mir gar nichts. Blood Rage, hat der gute Mann gemacht. Er sagt mir gar nichts. Aber das erste Mal war ernst gemeint. Ich konnte jetzt nicht zuordnen, aber ja. Also ja, Blood Rage gefällt mir. Er ist ein interessanter Slasher aus den 80ern. Genau. Hatst du auf jeden Fall auch schon mal hier und da angemerkt. Ist sein zweiter Film gewesen. Also Blood Rage aus dem Jahre 87. Er hat zehn Jahre zuvor seinen ersten Film abgeliefert. Und das sind, soweit ich das sehe, auch seine einzigen Filme, bei denen er Regie geführt hat. Also ist ein Two-Hit-Wonder. Wobei ich nicht weiß, inwieweit man davon Hitsprechen kann, weil beide jetzt nicht unbedingt... Ja, also Blood Rage führt ja schon so in der Szene Slasher, Horror zählt ja ja schon so zu den oberen 10.000. Ja, sagen wir mal so bei Leuten, die sich im Horror-Bereich auskennen, was so Slasher und so angeht. Ja, aber ist natürlich kein sehr bekannter Titel. Also im Mainstream-Kennende. Ja, In der Szene. Das gilt halt auch für seinen ersten Film, Skalpell. Wie gesagt, aus dem Jahre 1977, der lustigerweise False Face im Original heißt. Ah. Der wurde dann nur später unter dem Titel Skalpell herausgebracht. Also 1977 lief der unter False Face und 1979 unter dem Titel Skalpell. Blutiges Spiegelbild. Ist das ein Zusatztitel in Deutschland? Ich meine schon, oder? Habe ich mich jetzt nicht verlesen. Ja, das kann sein. Das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen, weil ich habe mir nämlich die Arrow-Blu-Ray aus... Ne, die habe ich glaube ich sogar von Ebay. Also nicht über den Arrow-Shop, was ja eh mittlerweile durch den Brexit halt scheiße ist. Aber den hatte ich mir vor... Ja, ist jetzt schon einige Zeit her. Da hat mich das Cover tatsächlich interessiert, weil das geht so ein bisschen Richtung Kronenberg. So Body-Horror-mäßig. Und vor allem hatte ich dann auch Assoziationen mit Brian De Palma, weil es um Identitätsspiele geht. Also dann kannst du halt auch zu Hitchcock, aber dann auch so zu Sachen wie Eyes Without a Face, weil hier geht es nämlich tatsächlich um eine Prostituierte. Und ich fange jetzt mittendrin an. Eine Prostituierte, die von einem Mann Geld versprochen bekommt. Und wenn sie sich operieren, von ihm operieren lässt, er ist nämlich plastischer Chirurg und er möchte aus erbetechnischen Gründen möchte er seine Tochter wiederbeleben. Es gab ein kurzes Vorspiel, er hat irgendwie den Freund von ihr nicht gemocht, hat den vertrieben und das hat halt auch sie so ein bisschen vertrieben und dann ist sie untergetaucht und eine Verwandte oder ein Verwandter ist gestorben, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer genau das war. Ich glaube eine Tante oder sowas in Richtung und sie hat ihr alles vermacht. Und solange sie nicht aufzufinden ist, hat er halt keine Möglichkeit an das Geld zu kommen. Also entweder wird sie für tot erklärt und das Erbe geht dann auf ihn über oder er sorgt dafür, dass sie wieder auftaucht. Und in diesem Fall sorgt sie dafür, sorgt er dafür, dass sie wieder auftaucht, indem er halt der Prostituierten quasi ihr Gesicht auf ihr eigentliches Gesicht zaubert. Also plastisch chirurgiert. Also mit den Mitteln der plastischen Chirurgie halt dafür sorgt, dass sie dann aussieht wie die Tochter. Problem ist so ein bisschen das Alter, aber da scheißt der Film so ein bisschen drauf. Aber letztlich so von der Physiognomie her, Körper etc. hat sie schon Ähnlichkeit und ist halt plausibel. Sie kriegt da ein Sprachtraining und sie wird dann halt auch der Gesellschaft vorgeführt, ein erstes Mal so generalprommäßig, um halt zu gucken, ob man es ihr abkauft. So. Und all das nur, damit er an das Erbe kommt. Das Problem ist aber, er hat einen großen Faible für seine Tochter. Also er hat seine Tochter über alles geliebt. Und er liebt vor allem auch ihr Aussehen. Und deshalb verliebt er sich auch so ein bisschen in die Prostituierte mit dem Gesicht seiner Tochter. Habe ich auch zuerst gedacht. Aber der fasst hier das Thema Inzest an. Einfach so. Ja, einfach so. Ja, einfach so. Das ist schon krass. Also damit habe ich tatsächlich auch nicht gerechnet. Also wie gesagt, dieses OP. Ja, aber. Ich mag den Typ nicht, aber gut. Ja, ja, klar. Aber das ist ein lustiges Meme. Auf jeden Fall. Ja, das ist schwierig. Aber für solche Filme, so 70er Jahre, warum nicht? Nicht ungewöhnlich. Aber kann man mal bringen. Ja, kann man mal. Ich finde das auch sehr interessant. Wir mögen ja Filme, die so ein paar Tabus brechen über gewisse Grenzen hinausgehen. Das ist doch schön. Die so ein bisschen anecken. Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, der hat halt ordentlich angeeckt. Und der hat mich auch teilweise echt angeekelt. Vor allem halt wegen des Inzests. Das hat nicht nur Fadenbeigeschmack, sondern einfach einen Fadengeschmack. Er zelebriert dann natürlich auch, wie die zwei da mehr oder weniger ja wirklich so eine Art Liebespaar werden. Und das hat schon, wie soll ich sagen, genügend Spannung. Auch Ekel, aber halt auch Spannung, weil er sich dann auch immer mehr darin verstrickt und was das Erbe angeht und so weiter und so fort. Aber dann gibt es halt noch mal einen Wendepunkt, einen Gottlieb Wende halt. Ja, nee, keinen Twist in dem Sinne, sondern es gibt einen Turning Point quasi. Seine Tochter taucht wieder auf. Weil die ist ja nicht tot, die kommt halt zurück. Geil. Und was dann passiert, Mann, Mann, Mann. Ja, sehenswert. Auf jeden Fall ist das sehenswert in gewisser Form, wenn man halt auf Psychothriller steht. Wenn man auf anrüchliche Inszenierungen zum Thema Inzest und Psychose und so hat, dann könnte einem das gefallen. Der hat dann auch ein sehr interessantes Ende, weil er sich mit dem Thema halt auch relativ intensiv beschäftigt, weil wir ja dann diese Menage a Trois haben quasi. Also dieses Dreiergespann, das ist dann auch natürlich eine sehr interessante Dynamik entwickelt, weil zuerst will sie es auch gar nicht wahrhaben, dass sie so aussieht wie sie. Aber ich will da jetzt auch gar nicht so viel verraten, weil man das schon gerne selber entdecken sollte. Ich finde, der hat einen sehr geilen Sog. Ich finde das sehr interessant. Also man ist halt fasziniert von dem, was passiert. Man ist gleichzeitig aber natürlich auch angewidert, angeekelt, aber kann sich dem Ganzen dennoch nicht entziehen. Ja, solche Filme liebe ich ja. Das ist ja schon mal eine Empfehlung für mich. Ja, auf jeden Fall. Ich fand den cool und ich bin froh, den entdeckt zu haben, weil Arrow ist jetzt auch nicht immer dafür bekannt, dass sie die besten Titel rausbringen. Das habe ich ja vor allem leidlich bei vielen Slashern und so erfahren müssen. Was daran liegt, dass es halt auch sehr, sehr viele Slasher gibt und da auch sehr, sehr viele Grauten dabei sind. Richtig. Aber trotzdem ist es ja eine Entscheidung, sag ich mal, diese Titel reinzuholen. Und sie haben aber auch vieles, auch vor allem aus den 70ern, dann auch viel aus Großbritannien, sag ich mal, in ihr Portfolio mit aufgenommen, wo halt auch teilweise echt coole Filme drunter sind. Unter anderem halt Skalpell, den ich euch hiermit als spannenden, anrüchigen Psychothriller einfach mal empfehlen möchte, was auch eine coole Heimkino-Empfehlung ist. Weil wie gesagt, den kannst du, glaube ich, nicht streamen. Und ich glaube, Arrow ist halt einer der wenigen, die den in HD rausgebracht haben mit so einem 2K-Restauration tatsächlich sogar. Kommt dann auch, wie bei denen halt häufig so mit jede Menge Extras und Audiokommentare vor allem daher. So ein Cover, was da halt auch dringt, also Wendekover. Coole, coole Edition. Ist halt zwar ohne Pappschube, aber es ist ja auch das Entscheidende, dass der Film cool ist. Und das ist er auf jeden Fall. Empfehle ich hiermit. Welche Filme ich auch empfehle, der eine ganz tolle Version oder Box sogar bekommen hat, ist Tammy and the T-Rex. Wir haben in einem wunderbaren Video über den Film gesprochen und es gibt noch ein kurzes Video, in dem ich die Box vorstelle. Und da ist auch ein Link dabei. Kann ich euch nur empfehlen. Also wer auf den Film steht oder sich den immer mal geben wollte, die geile Box von Play on Pictures sich zulegen. Genau, Link findet auch tatsächlich hier in diesem Podcast. Also wenn ihr bei YouTube seid, geht ihr jetzt in diese Infobox. Da ist der Link auch nochmal drin. Sehr gut. Und ich habe mich sehr gefreut, dass dieswöchige Patreon-Pick oder den dieswöchigen Patreon-Pick zuschauen. Denn, das habe ich jetzt anhand des Titels, den du mir genannt hast, erstmal gar nicht gecheckt. Das war ein Film, den ich schon lange auf der Liste hatte und den ich mal gucken wollte. Der hat nämlich mehrere Titel. Stimmt. Wer hat sich denn diesen Film gewünscht? Ein Patron, wie immer. Ich habe dir jetzt so viel Zeit gegeben, nachzuholen. Ja, ich weiß, aber mein Rechner ist so fucking langsam. Der braucht gefühlt fünf Minuten, um eine scheiß Excel-Tabelle zu öffnen. Aber es war natürlich der gute Dennis. Dennis, Oh, darf ich das sagen? Dennis Esspunkt hat sich diesen bujowürdigen Film gewünscht. Ach, der ist doch da bestimmt schon mal gelaufen. Das weiß ich natürlich nicht, aber ich habe tatsächlich den Trailer da gesehen. Und zwar zu Atlantis Inferno, aka The Atlantis Interceptors, aka Raiders of Atlantis. Ja. Aus dem Jahr 1983 von Regisseur Ruggiero Deodato, den viele natürlich aus dem tierfreundlichen, veganen Film Cannibal Holocaust kennen. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Titel sagen darf, aber darf ich auf jeden Fall sagen. Nackt und zerfleischt. Ja, da schon wieder nicht. Den darf ich nicht sagen. Nein, das ist zu brutal für unsere Zuhörenden. Naja gut. Hat ja noch so andere tolle Filme gemacht, wie die Barbaren zum Beispiel. Cut and Run. Mit Peter und David Paul und so weiter. Cut and Run auch. Ja, Rest in Power auf jeden Fall. Gute Mann lebt ja leider nicht mehr. Und jetzt der Film, der Atlantis-Film. Geschichte, bahnbrechend. Total. Ja, was passiert? Also da ist ein russisches U-Boot, was irgendwie versinkt und was Strahlung absondert. Also es geht darum, dass irgendwie so eine Truppe von Söldnern, Soldaten, keine Ahnung, die sollen irgendwie dieses U-Boot bergen. Genau. Und durch die Strahlung des U-Boots werden Teile von Atlantis wieder aufgeschwemmt. Genau. Also die kommen wieder an die Oberfläche. Richtig. Und dann kommen die Atlanteans. Auf jeden Fall muss dann eine Truppe um Tony King, ehemaligen Football-Spieler, die müssen dann die Atlanteans bekämpfen oder so. Keine Ahnung. Also solche Sachen passieren da. Michele Suavi hat hier auch eine Nebenrolle. Spielt auch mit in dem Film. Kennen wir als Regisseur. Und das ist ein Action- Exploitation-Film. Trash ist das. Es ist ein B-Film. Ein sehr trashiges B-Movie mit jeder Menge Action, Ballerei, aber auch einigen Stunts und Schwertkämpfen und Autoverfolgungsjagden und Explosionen und dies und das. Ich wollte schon mal gucken, weil ich den Trailer so geil fand. Du fandst den Film noch geiler? Ja, der Film ist natürlich genau mein Ding. Also das hat der Dennis wahrscheinlich, das wusstest du, das hat der Dennis wahrscheinlich auch gewusst. Und ich habe auf jeden Fall meinen Spaß mit dem Film gehabt. Du willst also sagen, der Dennis hat sich den für dich explizit gewünscht? Nee, das nicht, aber ich würde sich auf jeden Fall gedacht haben, dass ich auf jeden Fall meinen Spaß mit dem Film habe. Die Frage ist, wie sieht es denn bei dir aus? Die Frage ist dann, was hat der Dennis denn überhaupt für mich dann gewählt? Weil wenn ich hier der Todmacher sehe, we are little zombies, das ist alles für dich? Ja, na gut. Egal. Wir sorgen jetzt auf jeden Fall dafür, auch wenn es nicht der Ritual ist, den wir ja noch für ihn besprechen müssen. Stimmt, ja. Ja, aber es ist halt ein anderer Pick von ihm gezogen worden. Von daher, das Losglück, da kann man leider nichts machen. Aber Ritual ist halt noch drin, der wird irgendwann mal gezogen werden. So, wie ich den Film fand, ja, ich habe ihn tatsächlich so gefunden, wie es zu erwarten war. Ich fand den unterhaltsam. Also ich würde ihn auch direkt mal so in eine Tonne werfen mit, wie heißt er, mit den zwei Wummen, mit den vier Busten. Hartig Couture Y? Genau, weil es halt damit anfängt, coole Einstiegsmucke. Wir haben eine lustige Truppe. Diesmal sind es halt eher Männer, sag ich mal, denen wir hier folgen. Diese Asrenalin, Steroiden. Was? Ja, keine Ahnung. Hier diese, die Söldner halt, die vor Testosteron, genau, strotzen. Also Andy Sedaris würde ich da jetzt nicht so als Vergleich wählen. Also gut, was die Action angeht, vielleicht schon, aber so was, keine Bikini Babes oder so dabei, was ja immer ein Trope von Andy Sedaris ist. Ja, aber das ist das Einzige, was er nicht bedient hier. Ja, aber das gehört ja bei Andy Sedaris immer zwingend dazu. Du hattest den geilen Score erwähnt von Oliver Onions. Ist das ein Superheld? Nee, aber der hat auch für Bud Spencer und Terrence Hill und so. Ah, okay. Sachen gemacht oder die sind ja zwei, glaube ich. Ich bin da nicht so der Experte drin, das können mir andere Leute sagen. Ich finde das auch sonst ein bisschen schwierig, den Film zu besprechen, weil der halt sehr simpel ist. Also da ist nicht viel mit Symbolik oder mit jetzt den irgendwie cineastisch zu analysieren oder Sachen zu interpretieren. Hast du das erwartet? Nee, aber ich, also es ist halt dann, es ist limitiert, was ich dazu sagen kann, weil ich das schon abfeiere. Ich sag mal so, diese postapokalyptische Gang da, diese Atlanteans Gang ist das, glaube ich. Die Mad Max Gang. Genau, da hat sich nämlich George Miller auf jeden Fall von inspirieren lassen. Stimmt, der war ja davor. Was so Immorten Joe angeht oder so oder auch so ein paar andere Figuren. Gerade hier der Obermods mit dieser Totenkopfmaske. Das ist schon ganz geil. Und dann diese Bikes und so. Und es gibt auch hier noch was mit Pfeil und Bogen. Landet auch mal gerne im Gesicht. Ansonsten wird hier so viel rumgeballert. Dann wird auch mal der Säbel geschwungen. Und das ist kein Euphemismus. Ich meine, damit tatsächlich ein Schwert. Spaß. Jede Menge Spaß auf jeden Fall. Ja, und es sind halt die Figuren, die hier auch wieder zu überzeugen wissen. Abgesehen dann von lustigen Szenen. Es fängt halt damit an, dass die Hauptfigur hier immer wieder mit Washington angesprochen wird. Dabei heißt er Mohammed. Es sind so coole Figuren dabei, wenn wir daran denken, wenn es dann gegen die Atlanteans geht. Das war, ich weiß gar nicht, auf welcher Seite das war, eine Figur, die halt die ganze Zeit nur Die, Die, You Gotta Die ruft. Also da folgt halt eine dämliche Szene auf die nächste. Ja, es hat mich nämlich ein bisschen an die Hölle der lebenden Toten erinnert. Okay. A.K.A. Virus, Virus, dieses Dawn of the Dead Remake, äh, Rip Off meine ich. Ja. Kennst du auch, ne? Ja, ist aber ewig her. Jetzt nicht so, nicht vom Thema und so weiter, aber sowas, Art der Inszenierung und so den ganzen, diese, genau, Action und so. Ich meine, es ist auch ein italienischer Film natürlich. Ja. Daran hat es mich so vom Look and Feel so ein bisschen erinnert. Wir sehen ja dann kurz Atlantis, aber dann sind wir auch schon wieder davon entfernt, ne? Ja, da hat man jetzt. Also ich habe da nicht so ganz durchgeblickt, weil zuerst hat man das Gefühl, man ist in Atlantis, weil das dann auch alles irgendwie, ja, in Anführungsstrichen, was älter aussieht, aber irgendwann sind wir dann halt auch in der Stadt. Ja, das ist alles nicht so durchsichtig. Ich finde auch die, die Geschichte eher ein bisschen verwirrend und. Auf jeden Fall. Und kompliziert dafür, dass sie eigentlich nicht so kompliziert ist, aber. Ich meine, es gibt halt ein Ziel, ne? Diese Gang, die Atlantians zu besiegen. Das ist es. Wäre ich nicht. Ja, ganz genau. Und dazwischendurch wird so ein bisschen gequatscht. Das ist mir eigentlich ja noch egal, weil das Coole ist, dass der Film, der geht direkt los. Der verliert gar keine Zeit. Nicht so wie Alien Romulus. Der geht direkt los und hat immer Action zu bieten. Dann klar gibt es so ein bisschen Exposition, aber dann geht es auch schon wieder weiter. Und da finde ich schon, haben sie wirklich das Geld gut eingesetzt. Das Budget war offensichtlich auch sehr begrenzt, sonst hätten wir natürlich auch irgendwie krassere Sets, was Atlantis angeht, bekommen. So ist es dann, da wo man halt drehen konnte. Ich denke, da ist auch viel Guerilla-Filming dabei gewesen. Schöne ich. Aber trotzdem, Helikopter-Action, Jeeps, Verfolgungsjagen, wie gesagt, mit Motorrädern, also Vehikel, dann sind sie da mal auf dem Bus, sind sie drauf und bannern dann auf so einen Helikopter. Das ist, glaube ich, schon, also für das, was du da rausholen kannst aus dem Budget, wird da schon einiges geboten. Das ist halt einer der wenigen Filme, in den 80ern gab es immer diese gemalten Post, da mit irgendwelchen Leuten mit riesen Wummen drauf. Siehe auch Cobra Force und so und hier passt das tatsächlich, weil hier wird wirklich viel rumgeschossen und hier gibt es wirklich mal ein bisschen Adalas, sterben einige und der ist auch ganz so blutig, wie man sich das für einen italienischen Film wünscht und wie man es gewohnt ist und mit unter 100 Minuten ist das alles eine... Kurze, knackige Sache. Eine Kiste, genau, ja, das wollte ich sagen. Und ich finde, er ist halt immer wieder lustig, wenn es um so Sachen geht, wie du hast dann irgendwann diesen Deutschen oder der zumindest mit so einem deutschen Akzent redet oder zumindest mit so einem gebrochenen Englisch, der dann halt wirkt wie ein Deutscher, der versucht eigentlich zu sprechen, weil ich nicht weiß, ob der Deutscher war, aber es wirkt halt auf jeden Fall so. Du hast immer wieder irgendwelche Momente, wo du dir denkst, okay, wie kommt das jetzt? Weil die sind irgendwie die ganze Zeit ohne Waffe unterwegs, auf einmal haben sie Waffen und zwar auch nicht welche, die du dann irgendwie so in der Jackentasche tragen konntest, sondern halt, wie du schon gesagt hast, so richtige Wummen. Da erschließt sich dann häufig irgendwie so nicht der Kontext, wie es jetzt auch von A nach B gerade gekommen ist, aber solange dann halt die Action auf 10 gedreht ist oder auf 12 gedreht ist, ist das schon in Ordnung. Auf jeden Fall. Weil der halt auch nicht so viel Lückenfüllermaterial hat. Also weil gefühlt passiert in der Zeit eigentlich immer was. Also du hast halt natürlich so ein paar Szenen, wo sie dann, weiß nicht, die kommen auf der Insel an und müssen dann erstmal ein bisschen was erforschen. Da hat sie diese lustige Szene mit, dass man die ganze Zeit so ein Musikstück angespielt, wo sich dann herausstellt, dass es eine Leiche ist, die dagegen, gegen so eine Jukebox handelt, was halt auch lustig war. Das sieht auch cool aus, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber dann geht es halt auch direkt wieder weiter. Da wird halt nicht viel Zeit verplempert, um das zu zeigen, was man in so einem Film halt sehen möchte. Und das ist halt wirklich überzeugende Action. Ja, da bin ich voll dabei und der Film wird auch auf die eine oder andere Weise in meine Sammlung wandern. Also in Deutschland hat den, wie heißen die hier, KSM rausgebracht. Ah ja, okay. Dann wahrscheinlich im Mediabook? Ja, aber das ist glaube ich teuer. Also es gibt auf jeden Fall noch eine DVD, die bezahlbar ist. Allerdings bevor ich das jetzt hier vor ein paar hundert Leuten in einem Podcast sage, müsste ich mir die wahrscheinlich gleich mal bestellen. und ansonsten hat den Severin Films rausgebracht. Ah, okay. In einer guten Abtastung. Ich weiß es gar nicht. 2K, 4K, ich bin mir nicht sicher. Ich habe vorhin da was zu gelesen. Fand ich dann doch sehr verlockend. Obwohl ich mir, ich muss mir ein bisschen aufpassen, mit Filme kaufen in letzter Zeit. Aber ja, lohnt es sich, die Sammlung aufzunehmen. Also wer Bock hat auf so Bujo-Filme, sage ich mal, also der bedient wirklich genau das. Das ist ein 80er Jahre Exploitation Action, B-Movie. Manche würden sagen, Trash, egal. Macht eine Menge Spaß. Kann ich nur empfehlen. Das ist der Grund, warum ihr hier seid bei Cinephil, bei den Filmfressen. Wir empfehlen auch mal Filme, die nicht so bekannt sind und die andere Kanäle vielleicht nicht so auf dem Schirm haben oder nicht empfehlen. Danke, Dennis, auf jeden Fall. Dass du dir den gewünscht hast, da hatte ich endlich mal einen Grund, den zu gucken. Hatte ich mal eine helle Freude dran. Genauso wie an diesem Podcast, in dem ich mit dir mal wieder schön über Filme quatschen durfte, auch wenn da die eine oder andere Enttäuschung manchmal dabei ist. Macht es dennoch Spaß. Vielen Dank auch an die Filmfressen-Familie, vor allem an die Patrons natürlich. Ich verabschiede mich bis zum Nächsten. Da hat es jemand eilig. Wieso? Du hast voll die Riesenverabschiedung hier gemacht. Du hattest es eilig, den Podcast zu beenden. Finde ich aber gut, denn es ist ordentlich Zeit ins Land gegangen. Es ist erst vorbei, wenn der Schiri abpfeift. Den Abpfiff habe ich deutlich gehört und richtig verstanden. Aber ja, es hat natürlich wie immer Spaß gemacht, auch wenn man nicht weiß, wie viel Arbeit hier reingeflossen ist und wie viel Arbeit noch bei Rum kommt. Was kann ich denn diese Woche noch ankündigen? Was ganz Besonderes. Ein Film, auf den wir uns ewig gefreut haben. Fast schon unser Leben lang. Ja, einen Meta-Slacher, mehr oder weniger, der ganz besonderen Art. Und zwar den In a Violent Nature von Chris Nash, den wir ja dieses Jahr leider auf dem Hardline-Festival verpasst haben. Wir konnten ihn mittlerweile aber zum Glück für euch sehen und wir werden, beziehungsweise wir haben ihn für euch natürlich schon besprochen und das werdet ihr am Sonntag von uns erhalten. Da werden wir unser Review euch zur Verfügung stellen und euch sagen, ob es sich lohnt, den Film denn hoffentlich bald mal hier bei uns irgendwo zu Gesicht zu bekommen. Denn für Deutschland ist der leider noch nicht angekündigt. Für kein Kino, für kein Streaming. Aber wir wollen natürlich die Vorfreude so ein wenig schüren und deshalb empfehlen wir euch am Sonntag oder wenn ihr Patrons seid, natürlich am Samstag reinzuschalten, euch das Review zu In a Violent Nature anzuschauen und ansonsten empfehle ich natürlich auch nächste Woche wieder einzuschalten, wenn es sich wieder viel um Kino dreht, um Filme aus Streaming und Home Entertainment und in diesem Sinne hoffe ich einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.